Liebe Preußen, es war wirklich eine unglaubliche Saison. Wir haben Sie mit einem emotionalen Aufstieg gekrönt und ich freue mich schon auf die nächste Saison. Wir haben allerdings auch wirklich ambitionierte Ziele und Aufgaben vor der Brust und dazu gehört auch, dass wir schwierige Entscheidungen treffen müssen. Das Thema Ticketpreise gehört definitiv dazu und wir haben uns diese Entscheidung wirklich auch nicht leicht gemacht. Wir haben überlegt, wie kriegen wir es hin, dass wir zum einen die treuen Preußen-Fans, die Dauerkarteninhaber und die Mitglieder wertschätzen und gleichzeitig aber eben auch die Preise erzielen können, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Ihr werdet die Preisstruktur in der Meldung finden und ich hoffe, dass sie nachvollziehbar ist. Wie gesagt, es ist so, dass wir als Verein gerade jetzt in den nächsten drei, vier Jahren während der Stadion-Umbaumaßnahmen zusammenrücken müssen, dass jeder seinen Beitrag leistet und nichtsdestotrotz stehen uns wirklich, glaube ich, sehr, sehr gute und emotionale Zeiten bevor. Ich freue mich drauf, jetzt ganz kurzfristig schon auf die Pokalauslosung und auf alles Weitere, was dann kommt.